Herzlich willkommen, liebe Astro-Freunde bei Urknall, Weltall und das Leben. Heute mal wieder aus dem Astronomie-Museum des Sternwarte Sonneberg. Heute haben wir zu Gast Olaf Kretzer, der Leiter der Volkssternwarte in Suhl und Chef der dortigen Volkshochschule. Olaf startet mit einer Betrachtung, was haben sich die Astronomen vor 2000 Jahren gedacht, wie groß unser Sonnensystem ist, wo ist also der Rand, und setzt dann fort über die Entdeckung der Planeten bis zur Erkundung des Planetensystems durch die Raumsonden. Die richtigen Erkenntnisse freilich, das ist so der Ausblick, erreicht man natürlich erst dann, wenn wir in der Lage sein werden, uns ähnlich wie die Enterprise durch das Weltall zu bewegen. Viel Spaß! Ich habe das Thema ein bisschen, wie soll man sagen, unüblich gewählt, weil das Problem ist ja, dass in der Astronomie ganz gerne die Frage gestellt wird, wo ist das Weltall zu Ende? Oder wo ist denn der Rand des Universums? Und da muss man natürlich ganz viel bemühen, also allgemeine Relativität zu der Kosmologie, um da wenigstens einigermaßen eine Antwort zu bekommen. Und im Endeffekt gehen die meisten dann doch aus der veranschauenden raus und sagen, naja, so richtig weiß ich auch nicht, wo nur das Schild steht. Sie verlassen das Universum. So, ich möchte heute ein Thema angeben, wo man eigentlich ein Schild stellen könnte. Sie verlassen das Sonnensystem, aber wenn Sie diese Schilder brauchen, dann müssten Sie mehrere davon herstellen. Weil, das sage ich Ihnen gleich, so einfach ist es nicht mit dem Rand des Sonnensystems. Es ist wie in der Astronomie üblich, auf den ersten Blick ein einfaches Thema und auf den zweiten Blick wird es dann immer komplizierter. Das ist eine Sonde, die natürlich schon wiederholt auf den Bildschirmen entlang geflogen ist. Das ist die Voyager-Sonde. Ich könnte jetzt einfach sagen, das ist Voyager 2. Ja, wenn jemand sagt, das ist Voyager 1, ist mir das auch egal. Das sind baugleiche Sonden von der Sache her. Aber normalerweise ist darunter jetzt ein Tondokument. Adanisch Sluschumu heißt das, was da gesprochen wird. Und die Frage ist natürlich, was ist denn das für eine Sprache und was soll denn das für einen Sinn machen, so eine Sprache, die wir hier nicht sprechen, die eigentlich niemand auf der Erde mehr spricht, hier am Anfang kommen zu lassen. Aber das hängt einfach mit dem Sinn der Raumsonde zusammen, die sie hatte oder die sie noch hat. Und das Ganze wird dann zum Schluss auch aufgelöst. Also da bleiben wir mal ganz entspernt. Wenn man so einen Vortrag macht, braucht man natürlich ein paar Ziele, ein paar Inhalte, was man eigentlich rüberbringen will. Und es ist natürlich gar nicht so einfach. Ich habe es ja gesagt, wenn Sie den Rand des Sonnensystems beschildern wollen, brauchen Sie mehrere Schilder. Und das heißt, die Frage ist natürlich, wie definiere ich denn den Rand? Also wo ist er genau? Und natürlich für einen Naturwissenschaftler, ich möchte es ja nicht einfach nur sagen, da ist er, sondern ich möchte es beweisen, ich möchte es beobachten, ich möchte es messen. Und das ist natürlich eine Sache, die qualitativ natürlich in einer Stufe höher ist. Also sagen, hier ist Schluss. So, natürlich, wenn ich Voyager schon habe, ist die Frage, was haben die Raumsonden damit zu tun? Und ich möchte Ihnen einfach mal einen historischen Überblick geben über die Erarbeitung des Wissens über den Rand des Sonnensystems. Und dann gehen wir ganz weit zurück, müssen wir zurückgehen, werden wir uns ja gleich sehen. Und natürlich dann zum Schluss auch hinaus. Und wenn ich zurückgehe, muss ich natürlich mir eine Frage stellen, die nächstes Jahr wahrscheinlich viel größer ist. Denn nächstes Jahr haben wir einen runden Geburtstag, der wird wahrscheinlich sehr groß gefeiert in der Astronomie. Der Jubiläum von Nikolaus Copernicus, dem 550. Todestag. Und ich weiß jetzt schon, weil es verschiedene Veranstaltungen schon geplant sind, dass das natürlich ein Riesenevent werden wird. Und Copernicus hat ja das moderne Weltbild im Grunde genommen mitgeschaffen. Aber er war ja da nicht singulär. Es gab ja da Vorleistungen. Und aus der Antike wissen wir natürlich verschiedene Wissenschaftler, Denker würden wir einfach mal sagen, Philosophen damals hauptsächlich, die sich um das Problem, wie ist nun unsere Welt aufgebaut, gekümmert haben. Und damals war das geozentrische Weltsystem von allen von Ptolemäus, hat das sozusagen das Rennen gemacht. Und warum das auch heute noch so prägnant ist, hängt einfach damit zusammen, dass sich die Kirche dann auf dieses System von Ptolemäus versteift hat. Für 1500 Jahre waren damit eigentlich die Messen im wahrsten Sinne des Wortes gelesen. Im Zentrum die Erde und da herum kreisen dann die Planeten oder wie es damals hieß, die Wandelsterne. Das war ein bisschen mehr, das waren nicht die Planeten, das war auch die Sonne und der Mond beispielsweise. Dann die Sphäre der Fixsterne, hier gezeichnet durch die Sternzeichen. Und außen natürlich dann der göttliche Beweger des gesamten Systems. Es war, wie gesagt, dann ein kirchliches System, was Ptolemäus aufgebaut hat und was die Kirche dann weitergesetzt hat. Vielleicht an der Stelle auch noch einen kleinen Einschub, eine kleine Berichtigung, die ich leider bei vielen Besuchern der Sternwarte und auch bei vielen Schülern halt irgendwie da feststelle. Es hat nie irgendjemand in der Kirche gesagt, dass die Erde eine Scheibe ist. Das ist ein wunderbarer Fake News, würden wir heute sagen. Es hat noch einen ganz einfachen Grund, wie soll denn eine Religion, die am Mittelmeer existiert und entstanden ist, behaupten, dass die Erde eine Scheibe wäre. Wenn ein Schiff kommt, sehe ich zuerst die Spitze und mit der Zeit den Rest. Wäre die Erde eine Scheibe, würde ich das Schiff sofort ganz sehen und es würde langsam größer werden. Also es gibt kein wichtiges Werk von irgendwelchen kirchlichen Theologen und Denkern, die jemals behauptet haben, die Erde wäre eine Scheibe. Es gibt sehr alte Globen schon, fast 2000 Jahre alt, eine Neabel, aber so ganz so weit müssen wir nicht. Der älteste Himmelsglobus, den wir hier haben, befindet sich in Mainz, ein römischer Himmelsglobus aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Und bevor wir uns weitergeben, bin ich auf eine Frage gestoßen, da muss ich eigentlich euch Danke sagen, dass ich überhaupt den Vortrag machen konnte, weil sonst wäre ich auf die Frage nie gekommen. Und die Frage ist ganz einfach, wir sprechen immer darum, wer dreht sich um wen. Aber die Frage ist ja noch eine andere. Die Frage ist, wer hat sich denn zum ersten Mal Gedanken gemacht, was die Erde macht? Wir lassen immer die Erde irgendwie drehen. Entweder sie ist im Mittelpunkt, geozentrisch, oder sie dreht sich um die Sonne, heliozentrisch oder das Mischsystem, das Branchesystem, auf das ich zu sprechen komme. Aber die Frage, was macht die Erde selbst? Und diese Frage wurde zum ersten Mal 1320 beantwortet. Erst da gab es die erste Antwort, die Erde dreht sich um sich selbst. Das ist eine total verrückte Sache, aber dieser Nikolaus von Oresma, oder Doresma, wie er dann im Französischen heißt, das war einer der Wissenschaftlerstars und Philosophenstars im Mittelalter überhaupt. Und der hat zum ersten Mal wirklich gesagt, okay, viele Sachen können sich wirklich nur erschließen lassen, wenn wir annehmen, dass die Erde sich dreht. Und jurerweise finden wir da bei den alten Griechen gar nichts dazu. Das sind so Kleinigkeiten, von denen man Dinge mal im Alltag übernimmt, wo gar keiner groß sich Gedanken macht. Wir nehmen es einfach hin. Die einzigen, wo die Gedanken herkommen, diese Fragen herkommen, sind kurioserweise die Grundschulkinder. Die sind da voll unbeleckt sozusagen, und da kommen dann solche Fragen manchmal. Aber die Frage kam dann an, als ich den Vortrag gemacht habe. Vielleicht habe ich doch ein bisschen was Kindliches noch behalten, deswegen. Dann kam 1543, Kopernikus, wenn Sie sagen, der ist doch noch gestorben, naja, Kopernikus hat die Herausgabe seines Werkes bis zum letzten Tag hinausgezögert. Und der fertige Druck wurde ihm sozusagen erst auf dem Totenbett präsentiert. Weil er natürlich genau gewusst hat, was das Ganze bedeutet. Dass dieses Werk, das er veröffentlicht hat, natürlich die Kirche früher oder später zum Einschreiten zwängt. Das Interessante ist, dass nicht nur die katholische Kirche dagegen argumentiert hat, sondern auch die evangelische. Luther und vor allem Melanchthon, vor allem Melanchthon, hat dieses System verteufelt. Die waren strikt gegen dieses heliozentrische System. Also eigentlich war damals die Sache komplett gegen das System. Denn das Interessante ist natürlich auch, es hat nichts Neues gebracht. Wenn Sie die Planetenbahnen berechnet haben mit dem heliozentrischen System, waren die bewegenden Planeten nicht genauer zu bestimmen, als wir den geozentrischen Systemen. Der Hintergrund ist uns allen klar, also die Kepler'sche Gesetze. Es sind ja keine Kreise, wie Kopernikus angenommen hat, das sind ja Ellipsen, auf die sie sich bewegen. Das heißt, erst die Kepler'schen Gesetze haben dann eine Basis geliefert, damit das System genauer ist, als irgendein geozentrisches System. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, bis es durchgesetzt hat. Der Erste übrigens, der das in den Schulen gelehrt hat, war auch ein Südthüringer, Andreas Reier aus Hulheimrichs. Der hat 1632 in Schleusingen zum ersten Mal gelehrt, das heliozentrische System. Also, was haben wir da im heliozentrischen? Wir haben Sonne, Mond, Erde und so weiter fort und die Sphäre der Fixsterne. Und ich habe gedacht, damit wir uns das nochmal wiederholen, es sind zwar schöne Bilder da drüben, aber ich habe mal die möglichst aktuellen Bilder gesucht. Merkur, das aktuellste Bild. Ich habe zwar letzte Woche gelesen in der Zeitung, dass die Sonde Messenger angeblich seit 2021 um den Merkur kreist, stand jedenfalls im freien Wort. Das Witz ist, dass die vor sechs Jahren abgestützt ist, aber egal, sie kreist anscheinend immer noch. Deswegen, Baby Colombo ist eine Merkur-Sonde, die aber erst im Jahr 2025 dort hinkommt. Wenn Sie sagen, okay, wie kann das Bild jetzt schon da sein, wenn sie 2025 jetzt hinkommt. Nun, Baby Colombo macht eine besondere Flugbahn durch, die ich nachher noch erkläre, die es auch nur ermöglicht, dass wir überhaupt schon Kenntnisse haben aus dem Handgebiet des Sonnensystems. Ja, Baby Colombo hat uns auch gleich nochmal die Venus geliefert. Venus hat ja momentan auch keine Sonde, deswegen ist das das beste Bild. Mars, na gut, da haben wir ein Überangebot. Da fliegen die Chinesen, da fliegen die Amerikaner, da fliegen die Europäer. Jupiter haben wir von Juno, der aktuellen Raumsonde, ein Bild. Ja, und dann wird es schon dünn. Da muss ich schon auf Hubble zurückgreifen. Weil Saturn hat momentan keinen Raumsonde. Und das wird auch etliche Jahre dauern, bis wir da wieder was sehen vom Saturn. Ganz genauso ist es natürlich mit den anderen Planeten, die im Altertum nicht bekannt waren. Da hätten wir den Uranus. 1781 durch Willem Herschel entdeckt. Witzigerweise hat man im Nachhinein gesehen, dass es schon 100 Jahre früher andere die Entdeckung gemacht hat. Flamstedt in England und Tobias Meyer in Deutschland haben den Uranus schon viel früher gesehen, aber nicht erkannt. Und dasselbe Problem, noch viel schlimmer, hat Neptun gehabt. Neptun, durch Johann Gottfried Galle in Berlin entdeckt, ist sozusagen am grünen Tisch berechnet worden, weil man die Bahnform, die Bahnbewegung des Uranus nicht exakt klären konnte. Man konnte es aber klären, wenn man annimmt, dass weiter außen noch ein Planet ist. Das wird nachher auch noch eine Rolle spielen, weil das versucht man momentan nämlich mit dem Planet X oder dem unbekannten neunten Planeten auch auf die Art und Weise zu suchen. Aber Galle war eigentlich ziemlich spät, denn wir wissen, dass Galileo Galilei den auch schon gesehen hat. Vor zwei Jahren haben englische und amerikanische Wissenschaftshistoriker die ganzen Unterlagen von Galileo Galilei nochmal gesichtet und haben festgestellt, dass er Beobachtungen von Jupiter am 28., 19., 12. und 3. und 4. Januar gemacht hat, dass da ein Hintergrundstern drauf ist, der kein Stern ist, sondern Neptun war. Aber Galileo hat keine Eigenbewegung festgestellt, also war es für ihn ein Stern. Das Besondere deswegen war, das war damals eine besondere Begegnung, es war nämlich eine streifende Planetenbedeckung, etwas extrem Seltenes, aber Jupiter ist sozusagen am Neptun vorbeigezogen, aber Galilei hat das nicht nicht detektiert, dass hier ein Planet ist. Das heißt also, es ist wie oft in der Astronomie gewesen, das wurde entdeckt, was eigentlich schon lange da war. Das ging natürlich auch bei dem ehemaligen Lieblingsplaneten der Kinder, dem Pluto. Auch hier hat man dann 15 Jahre später festgestellt, man hatte ihn eigentlich schon längst beobachtet. Das ist leider oder glücklicherweise immer so. Und bei Pluto, da wissen Sie natürlich, dass wir den rausgeschmissen haben. Er hatte halt ein paar Probleme gehabt. Sie sehen es, die Bahn, die Bahn ist geneigt gegen die Ekliptik. Die Bahn schneidet dann auch noch die Neptunbahn. Das heißt, von 1979 bis 1999 war Pluto innerhalb der Neptunbahn. Und dann kamen in den Tausenden auf einmal einen Haufen neue Objekte, die in demselben Abstandsregionen sich bewegten wie Pluto. Und da hatten wir das Problem, entweder wir haben eine Masse von neuen Planeten, hätten wir in der Schule alle lernen müssen, auch nicht so gut, oder man definiert das Wort Planet anders. Damals war Pluto natürlich nicht so bekannt. Das war das beste Bild von Pluto, vom Hubble sozusagen. Ein Oberflächenscan, mehr war es halt nicht. Und deswegen hat man sich dann überlegt, da diese Teleskope neu gekommen sind, ob das jetzt, sagen wir mal, in Chile war, ob das die Großteleskope hier in Chile oder in Hawaii waren, oder natürlich in Europa, La Palma, die Kanadischen Inseln, wo ja auch immer noch das größte Einzeltheleskop der Welt steht, oder muss es falsch sein, das größte frei bewegliche Einzeltheleskop der Welt, so rum ist es richtig, 10,40 Meter, denn sonst kommen die Südafrikaner und sagen, wir haben ein größeres, aber es ist halt nicht beweglich. So, und diese Teleskope, die haben eben in den Jahren dann eben erhebliche Forschungsergebnisse geliefert, auch von Objekten im Bereich des, sagen wir mal, scheinbaren Rand des Planetensystems. Und haben dann auch 1992 die ersten Objekte mit den neuen Teleskopen gefunden und dann kamen mehr dazu, die halt vergleichbar waren, hier ist Erdestrenner, also sogar noch ein neues Objekt mit einem Mond und da hat man natürlich ein Problem dann bekommen mit dem Planetenbegriff und deswegen hat man das gemacht, wie üblich, einen formalen Akt Definition geändert. Das heißt, das ist der historische Augenblick vom 23. August 2006, die Sitzung der IAU. Die IAU, die National Astronomische Union, ist ja die einzige Organisation, die den Namen von Planeten und Definitionen von Planeten und so weiter sofort halt ändern darf. Und das hat sie gemacht. Sie hat gesagt, okay, Planeten sind kugelförmige Objekte, das sind aus physikalischer Sicht alles, alle Objekte, die größer als 500 Kilometer sind, sind kugelförmig. Sie sagen, hydrostatischen Gleichgewicht, 500 Kilometer Durchmesser, das sind alle kugelförmig. Wenn sie kleiner sind, dann haben sie alle möglichen Formmöglichkeiten, über 500 nur noch Kugeln. Umkreisen die Sonne, na gut, da sollte man im Sonnensystem von ausgehen, aber jetzt kommt der neue Einschub, hat seine Bahnumgebung freigeräumt. Das heißt also, in der Bahn, also wo er sich bewegt, bewegt sich kein anderer vergleichbarer Körper, vergleichbarer Größe. Also es können sich Körper bewegen, das haben wir beim Jupiter so. Da gibt es die sogenannten Trojaner, das sind Asteroiden, die in einem bestimmten Umlaufverhältnis wie der Jupiter im Sonne kreisen, aber die sind vernachlässigbar, klein gegen Jupiter. So, und bei Pluto gibt es eben verschiedene Objekte, wie Erdes beispielsweise, dass die eben dort auch kreisen. und damit hat man den Pluto über einen formalen Fehler rausgekegelt. Und damit er nicht so alleine ist, hat man ihn noch vier Leute dazugegeben und so haben wir die fünf Zwergplaneten. So, und das System sieht heute so aus. Wir haben die Sonne im richtigen Größenmaßstab, damit man auch mal den Einblick der Sonne bekommt und das ganze Rest, die acht Planeten, die fünf Zwergplaneten, die 205 Monde und ein paar Millionen Asteroiden. Und wenn man es noch weiter rausgeht, wenn wir nachher noch sehen, kommen noch ein paar Billionen Kometen dazu. Und wenn Sie die alle zusammennehmen, dann haben Sie 0,1 0,1 Prozent der Masse der Sonne. Damit man immer mal das Ganze im richtigen Gleichgewicht behält, ne? Sonne ist der Chef. Denn ich habe auch immer wieder die Frage, und die wird es wahrscheinlich hier in Sonnenberg auch immer wieder mal geben, was würde denn passieren, wenn alle Planeten auf einer Linie stehen? Das ist immer so eine beliebte Frage. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Erstens mal, allein schon wegen der Bahnneigung dürfte das so gut wie gar nicht gehen. Und das zweite Problem ist natürlich, ja und, was macht es? Wenn ein Tausendstel der Masse des Sonnensystems auf einer Linie steht. Und die Planeten kriegen sie nicht auf einer Linie. Sei denn, sie sagen, okay, in einem Bereich von 1 oder 2 Grad, dann können sie sagen, alle 350 Millionen Jahre kommt das. Ansonsten geht das eigentlich gar nicht. Fünf Zwergplaneten, 205 Monde, die 3 Millionen aus Riten, aber die Kometen und was ist denn von Pluto? Und wo geht es denn dann eigentlich weiter mit den Sternen? Das sind Fragen und da ging man schon in den 40er Jahren kurioserweise auf Wegen, die sich dann als richtig erwiesen. Da haben Leute damals wirklich echt Weitsicht, natürlich auch fachliche Fähigkeiten, bewiesen. und die beiden Edgeworth und Kuiper haben postuliert, also in einer Zeit, wo die größten Teleskope knapp 2 Meter waren, dass es jenseits der Neptunbahn einen Bereich gibt mit einer Anzahl von kleinen Himmelskörpern. Und aus dynamischen Gründen, aus himmelsmechanischen Gründen war klar, dass diese Körper ungefähr in der Ekliptik-Ebene sich bewegen würden. Wir sagen heute zu die transzeptonischen Objekte und nennen diesen Gürtel den Kuipergürtel, obwohl eigentlich im Englischen werden beide genannt, wir nennen in Deutschland immer nur den Kuipergürtel und dieses KBO, das ist der Kuiperbelt, also der Kuipergürtel Objects, also Objekte. Wir kennen momentan 800 Stück und davon schätzt man, dass 70.000 Objekte da draußen kreisten mit Durchmessern größer als 100 Kilometer. Das heißt, jetzt kommen wir langsam mal, Neptun, also hinter Neptun ist es schon mal ziemlich voll, würde man jetzt so auf den ersten Blick sagen, aber dazu sage ich nicht noch was. 1932 schon war noch ein anderes Problem zu klären. Das war den Leuten damals schon klar, das Problem war, was ist mit den Kometen? Ich meine, die Kometen, die wie Helle alle 76 Jahre mal vorbeischauen, die kann man dann dem Kuipergürtel noch zuordnen. Aber wenn Sie sich erinnern, Sie erinnern Sie sich, schon ein paar Jahre her, letzte Große war 1997, Helle Bob, der kommt nur alle 4000 Jahre wieder. Damit ist das schon ein bisschen problematischer, dem zuzuordnen, wo er eigentlich herkommt. Und da hat dann Ernst-Julis-Oppig einfach vorhergesagt, dass es jenseits des Kuipergürtels noch eine kugelförmige Wolke gibt. Sie wird nach Jahren Hendrik Ort benannt, ein Holländer, der diese Theorie später bekannt gemacht hat. Aber er war eigentlich nicht der Schöpfer, aber nach ihm wird sie benannt. Das ist die sogenannte Ortsche Wolke. So, und diese Ortsche Wolke am Rand des Sonnensystems, daher kommen nun die Kometen. Nun könnte man sagen, okay, Thema des Vortrags erledigt, die Ortsche Wolke scheint ja nun der Schluss zu sein, worum reden wir jetzt noch weiter? Naja, der Astronom ist natürlich nicht gerade erbaut darüber, dass er über irgendwas spricht, was noch nie jemand gesehen hat. Bei dem Kuiperbild haben wir gefunden, aber was ist mit der Ortsche Wolke? Es gibt bis heute keine bestätigten Funde eines Objektes aus der Ortsche Wolke. Wir können zwar sagen, okay, nach der Mathematik kann man die Bahnen von Kometen berechnen und dann muss das so sein, dass die daherkommen, aber es gibt, wie gesagt, das sind keine direkten Beweise, wir haben keine direkten Beobachtungen. Wir können uns merken, sagen, okay, die Ortsche Wolke schließt das Sonnensystem ab, aber wie groß, wie weit? Keine Ahnung. Das heißt, wir kommen hier mit der Technik der Teleskope nicht weiter. Aber glücklicherweise gibt es ein zweites Standbein, die Raumfahrt. Wir haben 400 Jahre Teleskopeentwicklung, aber haben knapp 60 Jahre Raumfahrtentwicklung und so wie es bei den Teleskopen dann irgendwann mal den Sprung gab, wird es ja hoffentlich auch irgendwann mal den Raumfahrtsprung geben und ich möchte jetzt mal zeigen, was die Raumfahrt beisteuern konnte und was in Zukunft dabei zu steuern ist. Voyager 6 im Film Star Trek, der Film, die Sonde Reacher. Ja, Voyager 6 gab es nie, es gab nur Voyager 1 und 2, aber sie war, so wie sie aussah, das war halt ein Filmausschnitt aus dem Star Trek Film und wir müssen jetzt anfangen, wenn wir uns um das Problem kümmern, warum wir noch nicht weiter sind, als wir sind mit unserer Raumfahrt, dann müssen wir mit Tsiolkovsky anfangen. Er hat so dann die Grundlagen der Raketengleichung aufgeschrieben und hat auch nachgedacht drüber, wie das dann sein könnte mit Raumstationen. Er hat sich darüber überlegt, wie kann ich denn beispielsweise umgehen diesen gewaltigen Andruck, den die Raumfahrer haben, beim Beschleunigen. Solche Fragen oder auch, was ist mit Schwerlosigkeit, wie verhält sich der Mensch, wie ist es mit Essen, wie ist es mit Leben, also der hat vor 120 Jahren da schon ziemlich viel erdacht, aber das Wichtigste ist natürlich diese Raketengleichung. Also die Raketengleichung beinhaltet im Grunde genommen etwas, wonach eigentlich alle Raketen heute noch fliegen. Das ist das Rückstoßprinzip. Ich verbrenne irgendeinen Treibstoff, dieser Treibstoff rast mit hoher Geschwindigkeit nach hinten aus der Düse raus und schiebt die Rakete weg. Und bis jetzt ist es halt so, dass alles, was wir fliegen lassen, nach diesem Prinzip fliegt. So, und in dieser Gleichung kommen aber auch gleich die Probleme. Man sieht sofort die Probleme, wie das denn ist mit der Geschwindigkeit der ausströmenden Gase, die liegt maximal so bei 5 bis 8 Kilometer pro Sekunde, mehr ist nicht und natürlich Stadtmasse und Masse Rakete. Der Zusammenhang wird natürlich hauptsächlich gegeben durch einen, durch den Spritverbrauch auf Deutsch gesagt. Und wenn Sie mal dran denken, dass Saturn 5 auf der Stadtraumbusse ungefähr 10 bis 15.000 Liter pro Sekunde gebraucht hat, dann können Sie sich vorstellen, dass so eine Rakete eigentlich wirklich am Anfang nur da zu da ist, um die Schreck auf der Erde zu überwinden. Um weiter rauszufliegen, das ist eine ganz andere Sache. Sputnik, klar, 1957, das waren so die Anfänge und dann hat man sehr schnell erstaunlicherweise auch die ersten Erfolge, man war schon 1959 auf der Rückseite des Mondes, die man ja normalerweise von der Erde aus nicht sehen kann, dann kam Lunochot, ich beschränke mich hier gleich auf die unbemannte Raumfahrt, weil die bemannte Raumfahrt für die Erforschung Sonnensystems eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, bis jetzt jedenfalls. So, und das, warum der Pfeil dort steht, was Sie dann sehen, das ist Lunochot, das kleine Lunochot. Es gibt ja Aufnahmen, das wisst ihr sicherlich von der Mondoberfläche, die auch die Fußspuren der Astronauten zeigen. Die Zeiten sind vorbei, wo man sagen kann, die waren nicht oben. Das heißt, man denkt, die sind vorbei, aber in Wirklichkeit sind sie nicht vorbei, weil die Frage kommt immer wieder. Schauen wir uns das nochmal an, was die Raumfahrt so alles geschafft hat. 1959 der Mond, dann kam 1974 schon Merkur, der Vorbeiflug. Merlin 10, dann kam 62 schon die Venus, 65 der Mars, Jupiter 73, Saturn 79, Uranus 86, 89, 85, der Komet der erste, kommen wir gleich und Astrid 91. Das heißt also, da ging es ziemlich zur Sache und bis 91 waren wir schon überall im Grunde genommen. Was hier noch fehlt, ist natürlich 2015 Pluto, habe ich ja mit Absicht rausgelassen, wenn wir nachher noch sehen, warum. Und leider dieses Tempo, was wir da vorgelegt haben, hat sich leider nicht fortgesetzt. Das heißt, wir sind ja jetzt über 30 Jahre später und außer Pluto ist nichts dazugekommen von den großen Objekten. Wir haben sie ja eigentlich alle. Und die Frage ist natürlich, was hat die Raumfahrt gebracht für die Frage Sonnensystemrand? So, Anfang der 70er Jahre war die Frage, was ist da draußen ziemlich unbekannt. Und eine große Sorge war damals, können wir überhaupt da rausfliegen oder ist der Asteroidengürtel so dicht, dass es gefährlich ist, da durchzufliegen? Das war über Jahre eine echte Diskussionsfrage, kann man überhaupt an diesen Stein vorbei? Denn die Sonden waren damals nicht in der Lage, irgendwie zu steuern, so wie man es da bei Star Wars oder Star Trek sieht, wie die durch die Asteroidengürtel fliegen. Die konnten nur geradeaus und da durfte halt nichts sein. Und die Frage ist nun, wie sieht das aus? Komme ich denn mit den Himmelskörpern überhaupt? Und natürlich dann die Frage, die Grenze Sonnensystems. Und etwas, was natürlich für uns auf den ersten Blick ein bisschen unbefriedigend ist, was heißt die Dichte des Staubes. Dann sagen wir, gut, was macht denn das aus? Naja, dann fliegen sie mal mit 20 Kilometern pro Sekunde. Und wenn sie dann eine hohe Staubdichte haben, dann können sie sich vorstellen, was mit der Raumsonde passiert. Die wird verglühen, aufgrund der hohen Reibungswärme. Das sind alle solche Fragen, die wusste man einfach nicht. Strahlungsbelastung, nicht nur für den Menschen ist es gefährlich, auch wenn so eine Raumsonde viele Jahre fliegt, dann wird sie auch irgendwann mal so belastet, dass die Sachen nicht mehr funktionieren. also angenommen, sie würden heutzutage einen neuen Intel 11. Generation nehmen, würden den hochschießen und sagen, okay, das Ding soll zum Mond fliegen, na viel Spaß, der wird uns nicht überleben. Weil die Strahlungsbelastung so ist, die Strahlung, die aus dem Weltall kommt, vor allem aus der Sonne kommt, die würde diese Strukturen von diesen Schaltkreisen, die liegen also bei 5 bis 7 Nanometer momentan, sofort zerstören und da würde der Computer nicht mehr arbeiten. Deswegen sind die Objekte, die im Weltall fliegen, normalerweise die Schaltung alle gehärtet. Das heißt, sie sind speziell bearbeitet, geschützt, damit sie von der Strahlung geschützt sind. Energieversorgung, ich möchte 20 oder 30 Jahre fliegen, wie geht das? Mit Strom, ne? Und natürlich, großes Problem, was machen wir mit den Außerirdischen? Denn die sollen ja auch was davon haben, wenn wir schon mal ins All fliegen. Und dann kam schon 1918 ein Russe auf die Idee, dass ich doch den Flug eines Raumflugzeuges, wie man es damals nannte, beeinflussen könnte, indem ich die Gravitation eines benachbarten Objektes, Mond, Planeten, ausnutzen kann. Also die Grundidee ist folgende, ich lasse mich vorzusagen, fliegt von mir aus zum Mars, aber vorher lasse ich mich vom Mond ein bisschen anziehen, ein bisschen beschleunigen und fliegt eine scharfe Kurve sozusagen um den Mond rum und nutze dabei die Anziehungskraft des Mondes, dass er mich beschleunigt. So war der Gedanke. Das wurde 1925, sagen wir mal, weiter von Friedrich Zander, ein Schüler von Zierkowski, weiterentwickelt und 1959 schon zum ersten Mal genutzt. Man hat nämlich aufgrund der Anziehungskraft des Mondes die Lunik-3-Sonde, die normalerweise geradeaus weitergeflogen wäre, um einen kleinen Bogen fliegen lassen und konnte dadurch die Rückseite des Mondes fotografieren. So, und dieses Wissen haben dann in den 60er Jahren einige amerikanische und russische Ingenieure weiterentwickelt und man nennt das heute einen Swing-By-Effekt. Das heißt, ich nutze ein Objekt, ein Planeten, um ein Raumfahrzeug zu beschleunigen. Und dann kam der Herr rechts, Gary Flandro und hat gesagt, okay, wir haben in den 70er Jahren eine außergewöhnlich seltene Konstellation, dass man mit einem Raumschiff, mit einer Raumsonde mehrere der äußeren Planeten besuchen kann. Man hat es die große Tour, keine Tour genannt. Und da hat man überlegt, okay, wenn wir jetzt schnell genug sind, denn in den 70er Jahren war 1964 schon relativ nah, könnte man doch schaffen, weil die Konstellation tritt nur alle 175 Jahre ein. Das ist jetzt keine Verletzung des Energiehaltungssatzes. Die Raumsonde entnimmt die zusätzliche Bewegungsenergie der Bewegungsenergie des Planeten. Da der aber aufgrund der extremen Masseunterschiede ist es marginal, was das ausmacht. Das hat man ausgerechnet, das liegt ein paar Pikometer pro Sekunde an Geschwindigkeitsänderungen, was der Planet hat, wenn die Raumsonde vorbeigeflogen ist. Also eigentlich nicht messbar. Also, aber damit könnten wir in überschaubaren Zeiten rauskommen. Überschaubare Zeiten hieß beispielsweise für Voyager zwölf Jahre. Ohne, das Ganze wäre es gar nicht gegangen damals. Nur ein kleines Beispiel, das hat die Raumsonde Cassini, die zum Saturn geflogen ist, die hat das eben auch gemacht. Sie hat ein Swing-by gemacht an der Venus, sie hat ein Swing-by gemacht an der Erde und am 18. August ein Swing-by bei der Erde. Entschuldigung. Und dieser Swing-by-Effekt, der hier erstaunlicherweise an der Erde hat für Riesendiskussionen gesorgt. Der Hintergrund ist, die Raumsonde Cassini hatte 32 Kilogramm waffenfähiges Plutonium an Bord. Das heißt, dieses Plutonium gilt als Energiequelle. Das ist kein Kernreaktor, das ist eine Radiosotopen-Batterie, das heißt, der Zerfall, der radioaktive Zerfall liefert Wärme und die Wärme wird in Strom umgewandelt und damit werden die Instrumente der Raumsonde angetrieben. Und die Frage war nun, geplant war der Vorbeiflug an der Erde in einem Abstand von 500 Kilometer. Und die Frage war nun, die sich manche gestellt haben, was passiert, wenn das nicht ganz genau klappt? Dann haben wir auf einmal 32 Kilogramm Plutonium in der Atmosphäre. Man hat zwar versichert, dass das alles nichts passiert, aber da die Vorbeschleunigung relativ gut war, hat die NASA dann den Abstand etwas mehr als verdoppelt. Das konnte sich leisten, weil das an der Venus ganz gut gelaufen ist. Und dann ist das Ding rausgeschleudert worden und ist dann beim Jupiter nochmal, wo es den größten Schwung bekommen hat, weil es der größte Planet ist und war dann schließlich nach sieben Jahren Flug beim Saturn angekommen. So, sehen wir nochmal die Geschwindigkeitsunterschiede bei Voyager. Das heißt, wir fliegen los und dann sehen Sie mal bei Jupiter, wie es nochmal hochzischt, die Geschwindigkeit Saturn, Uranus und Neptun. Das sind die Geschwindigkeitsgewinne, die die Raumsonde durch diesen Swing-by-Effekt erzielen kann. Ja, da hat man gesagt, okay, wir berechnen einfach mal das Ganze, wir fliegen mal raus und hat aber gesagt, okay, damit das nicht schief geht, testen wir das Ganze mal. Heute wird das gar keiner mehr machen, weil sie das Geld nicht mehr dafür da haben und vor allem wird es heute viel länger dauern, die Planung. Und man hat ein Vorprogramm gestattet. Das Vorprogramm hieß Pioneer 10 und Pioneer 11. Das sind zwei baugleiche Sonden, die man 1972 und 1973 gestattet hat. Man hat damals die schubstärkste Atlas-Rakete verwendet und die hat es dann in elf Stunden zum Mond geschafft und hat die Rakete auf 14,4 km pro Sekunde beschleunigt. Und siehe da, man ist durch den Asteroidengürtel geflogen und was hat man festgestellt? Es ist ganz anders. Es ist schwer überhaupt ein Asteroid zu finden. Also gar keine Gefahr. Sie hat auch festgestellt, der Staub, die Staubdichte ist vollkommen ungefährlich. Das heißt, wir können da wirklich durchrasen. Es gibt keine Probleme für die Raumfahrt. Das war die erste Sache. Das Zweite ist natürlich dann die wunderbaren Bilder, weil Jupiter, sehen Sie, am 3. Dezember 1973 erreicht, hat etliches und der Ecke, habe ich mal aufgeschrieben, das Erste und hat Aufnahmen von Monden gemacht und so weiter und so fort und ja, ist dann weiter geflogen und seit 2002 allerdings keine Signale mehr, aber vorher 30 Jahre lang Informationen geliefert. Und dann Bionier 11 ist noch näher rangekommen, hat die Atmosphäre durch Leucht, durch Bedeckungsexperimente, Magnetfeld vermessen und so weiter und so fort und hat eben noch was gemacht. Sie hat ein Zwing-Buy an Jupiter gemacht und dadurch war sie die erste Raumsonde, die auch den Saturn noch entdeckt. Und nicht entdeckt hat, aber beobachtet hat. Extrem viel gemessen, Monde entdeckt und und und. Also Wahnsinn, was diese beiden Sonden, die ja nur als Vorprogramm gedacht waren. Man könnte es so sagen, das waren die Trabis, die von der weg geschickt worden sind und dann kamen die Rolls-Räuschen A3, die Wolkische Sonden. Aber was sie schon hatten, eine kleine Information für die Außerirdischen. Sieht dann so aus und ich erkläre es jetzt mal an der Stelle, weil nachher will ich das nicht nochmal sprechen. Das erste ist klar, die Mann und Frau ist klar, das hier ist die Raumsonde, damit wir die großen Verhältnisse haben. Man wollte die beiden Geschlechter darstellen, ursprünglicherweise sollte ein friedliches Symbol gezeigt werden, in dem sich Mann und Frau die Hand reichen. Da gab es aber den Widerstand, weil da hat man gesagt, dann könnten die Außerirdischen glauben, das wäre ein Objekt, ein Lebewesen. Deswegen mussten sie sich getrennt stellen. So, hier unten ist das Sonnensystem, der dritte Planet sind wir, die Raumsonde, die hier steht, ist da. Und das hier ist das größte Problem von allen gewesen. Da gab es viele, viele Proteste dagegen, weil das sind verschlüsselt, sozusagen kodiert, die Periodendauer von Pulsaren. Pulsare sind rotierende Neutronensterne, die ganz regelmäßige Funks, also Radiosignale schenden. Das ist so wie mit Leuchtfeuer im Grunde genommen. Irgendwo draußen im Weltall rotiert dieser Pulsar, diese Sternenleiche und das Radiosignal kommt immer mal vorbei. Jedes Mal, wenn wir im Blickfeld sind, alle paar Millisekunden kommen da vorbei. So, und da hat man dann 14 dieser Pulsare genommen, hat die Frequenzen, wo sie, in welchem Zeitraum die pulsieren, aufgetragen und die Positionen und damit kann man dann durch Trigonometrie ganz einfach feststellen, wo die Erde ist. Und das ist das Problem gewesen für manche, die haben dann gesagt, na gut, jetzt wissen sie dann die Außerirdischen, die Bösen, wo wir sind und dann finden sie uns und dann, naja. Aber es hat sich dann durchgesetzt, man hat diese Raumsonde dann losgeschickt. diese 14 Pulsare ist schon interessant gewesen, weil danach hat man den NASA-Ingenieuren das aufgegeben, das mal aus, ob die das verstehen. Knapp die Hälfte der Ingenieure hat es verstanden, was man eigentlich machen wollte halt. Aber immer egal, immerhin. So, wo sind sie momentan? Wir haben 130 astronomische Einheiten, Abstand, das heißt also, da eine astronomische Einheit 149,6 Millionen Kilometer ist, haben sie schon so auf 23 Milliarden Kilometer Abstand geschafft. Die eine im Steinbild Stier, die andere befindet sich im südlichen Steinbild des Schilds. So, und dann kam in den 90er Jahren auf einmal etwas sehr Eigenartiges, das man erst bei den Pioneersonden festgestellt hat und dann bei den Voyager-Sonden. Die haben ihre Flugbahn anders gelaufen, als sie laufen sollte. So, das heißt, die sind von ihrem Flugweg abgewichen und da ging es natürlich los. Was könnte es denn alles sein? Eine unbekannte fünfte Kraft, unvollständiges Gravitationsgesetz, unkontrolliger Austritt von eventuellen Reststreibstoffen und natürlich, wie üblich, die bösen Außerirdischen. Alle sind in Frage gekommen. Fakt ist eins, man hat es 2012 rausbekommen, die Wärmeabstrahlung der Raumsonde ist nicht symmetrisch gewesen. Das heißt, die Wärmeabstrahlung ist in eine bestimmte Richtung stärker als in der anderen. So, und das gibt einen Summarum-Effekt, also sagen wir, einen relativen Abstrahlungsdruck, denn Strahlung kann, oder was heißt kann, Strahlung kann auch einen Druck ausüben. Und das heißt, auf diesen langen Strecken, bei diesen Geschwindigkeiten kann man das erklären, dass dieser zusätzliche Strahlungsdruck dazu führt, dass die Bahnänderung eintritt. Übrigens ist das momentan auch die sicherste Variante, einen Asteroiden aus der Bahn zu bringen, wenn er doch mal zu Erde kommen sollte. Man hat da vor zehn Jahren, elf Jahren, 2011, ein UN, hatte mal einen Wettbewerb ausgeschrieben über die schönste Abwehr eines Asteroiden und das Ergebnis war, eine Hälfte weiß anstreichen. Das ist ganz einfach, weil diese Objekte drehen sich und Asteroiden sind normalerweise tiefschwarz, das heißt also, die eine Seite wird ganz anders absorbieren und vor allem reflektieren als die andere Seite und wir haben dann einen Summeneffekt, dass der Asteroid durch das Sonnenlicht weggeschoben wird. Ist momentan der sauberste Effekt, brauchen wir keinen Atombomben, nichts, aber egal, noch ist nichts im Anflug, toi toi toi. Dann kamen die Rolls-Royce, wesentlich besser ausgestattet, größer, wesentlich mehr Messgeräte an Bord und eins sollte Jupiter, Saturn, Pluto besuchen und wir wissen natürlich, Pluto ist nicht besucht worden, warum? Man hat dann kurzfristig gesagt, das machen wir ganz anders, wir fliegen zum Titan. Titan ist einer der interessantesten Monde, wenn nicht sogar der interessanteste Mond von allen. Man hat damals das noch nicht so genau gewusst wie wir heute, aber man hat schon ein bisschen geahnt, dass da was Besonderes ist und hat gesagt, gut, Pluto, den finden wir irgendwann schon mal wieder, aber gehen wir erst mal Titan jagen. So, aufbauend auf die Peine Sonden haben wir zwei baugleiche Sonden, die unterschiedliche Planeten untersuchen und natürlich auch möglichst lange Daten liefern sollten. Ging relativ schnell zu Jupiter, da ist natürlich die bessere Ausstattung im Verhältnis zu Pioneer hat natürlich wesentlich mehr gebracht, auch hinsichtlich der Entdeckung von neuen Monden und vor allem hier Europa wurde schon ganz gut abgebildet, Betis, Tebe und so war sofort, man hat den Ring entdeckt, also detektiert nochmal, entdecken konnte man vorher schon von Erde aus, hat auf EU aktive Vulkane gefunden, also schon ziemlich viel, was man zusätzlich zu Pioneer geliefert hat. Hat natürlich dann Voyager 2 ist auf den ersten Blick auch zum Jupiter geflogen, könnte man sich fragen, okay, warum denn, ja, deswegen weiß, sage ich nur, man brauchte die Energie, die Antriebsenergie von Jupiter, deswegen hat man in Kauf genommen, dass man den großen Planeten dieselben angeflogen hat und Voyager 1 ist dabei dann auch zum Titan umgelegt worden sozusagen, weil der Titan hat, das wissen wir heute und das hatten wir damals auch gesehen, etwas ganz Besonderes, was es nur noch auf der Erde gibt. Titan hat ein Wechselspiel eines Gases, nämlich Methan, wie wir hier auf der Erde mit Wasser. Das heißt, wir haben Wasser natürlich in der festen Form in Eis, wir haben es als Wasser und wir haben es als Wasserdampf und genau dasselbe gibt es dort oben mit Methan. Wir haben Methan flüssig, wir haben Methanhydrat, das ist übrigens das, was uns momentan die Sorgen macht, wegen dem Freibhauseffekt am Schelfgebiet der Ozeane, das ist auch Methanhydrat, das langsam durch die Erwärmung der Ozeane freigesetzt wird und was zusätzlich Treibhausgas freigesetzt, und Methan ist das stärkste Treibhausgas überhaupt, und es gibt natürlich auch Methangas für mich. Das heißt, wir haben genau denselben Zyklus, den wir haben, mit Regnen, Verdunsten und Eis haben wir 1 zu 1, nur bei minus 180 Grad halt. Hoch und trans Gebiet, was inzwischen natürlich durch Heugens noch wesentlich besser vor 15 Jahren erklärt worden ist. Nach der Saturn-Paschase trennten sich die beiden. Voyager 2 sollte noch zu Uranus-Neptun gehen, während Voyager 1 möglichst schnell raus sollte. Raus aus dem Sonnensystem, was immer das heißt. Da ist dann auch dieses, das hat es oben abgeschnitten aus irgendwelchen Gründen, aus 6,4 Kilometer Entfernung wurden die Planeten nochmal gemacht. Das ist das sogenannte Familienporträt. Das ist das obere, ist Voyager und das untere ist von innen nach außen, das ist dann vom Messenger gemacht worden. Also es sind diese berühmten Familienporträts, wo die Planeten alle nochmal abgebildet worden sind und hier die Erde. Das war bis vor kurzem der längste, also die am weitesten Abbildung der Erde überhaupt. Das ist inzwischen aber auch schon von New Horizons übertroffen worden. So, und so stellte man sich das Ganze vor. Wir haben den Einflussbereich der Sonne und irgendwann aber haben wir natürlich von außen auch das Problem, dass wir natürlich die Nachbarsteine haben. Erstens und zweitens dürfen wir nicht vergessen, wenn wir schon mal beim Drehen sind, weil sie bewegen sind, auch die Sonne bewegt sich natürlich. Damit meine ich jetzt nicht ihre Rotation, ich meine ihre Bewegung mit 250 Kilometer pro Sekunde um das Zentrum der Milchstraße. So, und wenn sie mit 250 Kilometer pro Sekunde durch das All fegen und dann irgendwo in den Bereich kommen, wo Staub und Gas sind, dann sollte das natürlich ganz schön aufgeheizt werden durch diesen Termination Shocks, sagt man, durch diese Grenzgebiete. Das heißt also, wir erwarten hier einen Aufstau von interstellaren Gas und Staub und hofften damals, dass die Voyager-Sonden das detektieren können. So war der Gedanke dahinter. Das heißt, wir haben von der Sonne ja das Problem, dass nicht nur das Licht rauswärts geht, sondern auch die Teilchenstrahlung. Das merken wir ja beispielsweise in den Polarlichtern. Und diese Teilchen, die da rausgehen, haben natürlich eine entsprechende Geschwindigkeit, aber irgendwann haben wir das Problem, dass von außen die Teilchenstrahlung unter anderen Ständen draufdrücken. Das heißt, wir werden irgendwo davon ausgehen, dass wir irgendwo ein Gleichgewicht kommenden Teilchen der anderen Sterne. Dazu muss man natürlich sagen, muss man glasklar unterscheiden, das gilt nur für geladene Teilchen. Ungeladene Teilchen, die von draußen kommen, können unbehindert in so ein System hineinfliegen. Also, wir haben da irgendwann eine Grenze, wahrscheinlich die Heliopause, wo sich die dann vermischen und das könnte man dann eventuell mal sagen, wenn man das hat, dass da eine Art Grenze des Sonnensystems sein könnte. Das wäre so die Hoffnung, dass wir auf die Art Weise eine Grenze haben, wo der Einflussbereich der Strahlung der Sonne sich aufhebt mit dem Einflussbereich der anderen Sterne. So, glücklicherweise sind einige der Sonden Messinstrumente von Voyager immer noch intakt. Zwar keine Kameras, wir können also keine abbildende Astronomie machen, aber beispielsweise Partikelmessungen zählen, das heißt, wie schnell kommen welche Partikel, welche Ladung aus welcher Richtung mit welcher Geschwindigkeit. Oder wir können das Magnetfeld messen, das Magnetfeld der Sonne wird natürlich durch die Teilchen mit nach außen getragen und da, wo diese Teilchen dann auf den Außenbereich treffen, dann endet natürlich auch das Magnetfeld, das heißt, diese Grenzschicht, die sucht man. und dann hat man festgestellt, dass 2012, kurioserweise erst später, nachträglich, dass 2012 diese Heliosphäre von Voyager 1 zum ersten Mal verlassen worden ist und Voyager 2 folgte dann 2018 in den innersten Landraum, so wie wir ihn definieren. Schauen wir uns den Weg nochmal genau an. Heute haben wir 23,33 Milliarden Kilometer Abstand, sie hatten noch 16,95 Kilometer pro Sekunde drauf, die Heliopause am 25. August 2012 durchflogen und wenn sie sagen, 25. August so genau auf einmal, warten sie ab, zeichnen gleich warum, ist momentan ein Schlangenträger und einige der Sondeninstrumente sind noch aktiv. Die andere, die wahrscheinlich bekanntere ist natürlich die Voyager 2, die hat erst 19,4 Kilometer hinter sich, das hängt einfach damit zusammen, dass sie erst noch Uran und Neptun besucht hat, bevor sie rausgegangen ist. Die ist am 5. 11. 2018 raus, ist im Stempel V und auch hier gilt teilweise noch aktiv. Schauen wir uns mal die Flugbahn an mit den schönen Beschleunigungsphasen, die wir hier haben, durch die Zwing-Byeffekte und hier sind so die wesentlichen Daten eingetragen, nächstes Jahr beispielsweise hat Voyager 2 Pallel der Zähne überholt und aber 2025 ungefähr, dann werden die Geräte abgeschaltet, weil dann die Stromversorgung nicht mehr ausweicht. Das heißt, wir schätzen bis 2025, sagen wir mal, werden wir es schaffen noch, dann ist es vorbei. Sie sehen aber schon hier, Ortsche Wolke, das ist noch wesentlich weiter weg. Das heißt also, es sieht so aus, als wenn wir jetzt auf der einen Seite jetzt eine Grenze erreicht haben, aber auf der anderen Seite sind wir noch nicht mal in dem Bereich von Objekten, die wir vorhin postuliert haben, als Teile des Sonnensystems. Das heißt also, diese Frage mit dem Rand des Sonnensystems ist ein bisschen wacklig. Wir müssen uns immer im Klaren sein, welches Kriterium nehme ich? Das Einfachste wäre, ich würde sagen, ich nehme das Planetensystem, das ist beim Neptun-Schluss, Punkt. der Sonne, dann haben wir die Grenze auch erreicht. Und wie es dann weiter aussieht, was so die andere Grenze ist, das werden wir gleich sehen. So, schauen wir uns nochmal die Flugkurven an, das ist von oben, da hier ist Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2, New Horizons oben, leider abgeschnitten ist Pioneer 10 von oben und von der Seite sehen Sie das, dass man die Raumsonden in verschiedene Bereiche steuert. Man hofft ja auch bei New Horizons noch Daten zu bekommen, wenn die soweit sind, damit man eben eine möglichst gute räumliche Auflösung hat. Wenn ich nur eine einzige Raumsonde dort hätte, dann kann es einen Zufall Effekt geben. Aber wenn ich zwei, drei oder sogar vier Raumsonden habe, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. So, so kann man sich das vorstellen, August 2012 ist auf einmal die Partikel pro Sekunde drastisch runtergegangen. und deswegen ist dieser 28. August 2012 als Termin, wo diese Heliopause, der Grenzbereich der Teilchenstrahlung der Sonne überschritten worden ist. Sie sehen, man kann es ziemlich genau festlegen. Die Messungen, die die beiden Raumsonden gemacht haben, plus andere Messungen, über die ich noch sprechen werde, haben nun eine Korrektur hervorgerufen. Wir haben eine relative inhomogene Übergangszone. Wie muss man sich das vorstellen? Nun, auf der linken Seite, das hat man schon mal gesehen, sieht das Sache so aus und das, was wir heute sehen, ist, dass es hier in diesem Bereich, in diesem Schockbereich hier vorne, ziemlich chaotisch vor sich geht und dass auch die Flugdaten, die die beiden Voyager geliefert geliefert haben, zeigen, dass die Dichte dieses Übergangsbereiches, dieses Plasmas sozusagen, sehr inhomogen ist. Es gibt keine scharfe Grenze. Es ist immer eine Frage, unter welchen Winkel ich mit der Raumsonde, mit den Raumsonden da reinfliege. Deswegen sind alle sehr gespannt, was New Horizons dann bringt, wenn New Horizons dann dorthin kommt. Diese Sonde ist ja eigentlich gestattet worden, auch bekannt geworden, dass sie zum Pluto sollte. Sie hat bis jetzt 7,89 Milliarden Kilometer und angenommen, wir würden sie zum allernächsten Stand fliegen lassen, dann bräuchte sie auch nur 60.000 Jahre. Da sehen Sie mal die Grenzen der Antriebstechnologie, die wir haben. Da ist nicht viel mehr möglich. Aber sie hat viel geliefert. Sie hat Pluto abgebildet und seine fünf Monde und hat sogar noch etwas mehr geschafft. Sie hat das erste transneptunische Objekt Arrokod am 01.01.2019 besucht und damit war es zum ersten Mal ein Köperbeld Objekt aufgespürt worden. In den letzten Jahren ist es so, dass sich immer wieder solche Meldungen finden, dass wir da irgendwo noch einen Planeten X haben. Das X ist ein Relikt, weil das ist die römische Zehn, das war noch aus der guten alten Zeit, als wir noch den Pluto hatten. Jetzt heißt es natürlich Planet 9, aber irgendwie hat man das X beibehalten. Ja, man hat verschiedene Beobachtungen gemacht, über die ich gleich noch sprechen werde, und daraus hat man berechnet, ähnlich wie es damals bei Galle war, sozusagen, als wir den Neptun berechnet haben, wie er denn so sein könnte. Naja, er könnte so sein, mit einer Bahnhalbachse von 380 AE, heißt also 380-fache Erdsonne Abstand. Pluto hat 40 AE, das heißt, der ist wahrscheinlich noch 10 Mal weiter als Pluto. Pluto hat 60 Milliarden Kilometer, eine elliptische Bahn, viel elliptischer als alle anderen Planeten, natürlich schön kalt, und das heißt natürlich, wenn überhaupt beobachten, dann nur im Infraroten, sonst gar nicht. Umlaufzeit knapp 7500 Jahre, aber Sie sehen schon die Fehler, sollte so 6 Erdmassen haben und 2-4 Maße groß sein wie die Erde. Das scheint auf den ersten Blick untypisch, aber es gibt verschiedene extrasolare Planeten, die halt auch solche Daten haben. So, die Frage natürlich, wo kommt der her? Da streitet man sich auch noch drüber. Es gibt Möglichkeit, dass er entstanden ist mit den anderen Planeten, wobei das sehr schwer zu erklären ist, oder eben, dass er einfach eingefangen worden ist. Ja, irgendwo da draußen so etwas Schwarzes, Dunkles, was ist davon zu halten? Nun, man hat verschiedene Argumente dafür, warum? Man hat eine ungewöhnliche Ballung von extremen Objekten da draußen gefunden, die sich an bestimmten Stellen ballen, die eine Inklination haben, also einen entsprechenden Winkel haben zur Erdbahn, zur Ekliptik. Da hat man dann gesagt, okay, so etwas Ähnliches haben wir auch schon mal gesehen, so einen extremen Planeten in einem Exoplanetensystem, im Steinbild Krux, aber die Veröffentlichungen, die in den letzten zwei Jahren rausgekommen sind, die sagen eigentlich etwas anderes dazu. Bevor ich das aber sagen werde, weil dazu hängt ein Mehr Drinnen, möchte ich mal die Chancen kurz noch zeigen, dass wir darüber noch was erfahren über die Raumsonde Eurizons. Eurizons ist wie gesagt in 15 Jahren auch in der Heliopause, dann wird sie auch noch funktionieren, wenn alles normal läuft, aber wir sehen es auch eins schon mal hier drüben, erst in 650 Jahren bei inneren Orchid Wolke. Das heißt, auch New Horizons wird nur dazu reichen, uns etwas zu sagen über die Strahlungsgrenze, aber mit der Orchid Wolke werden wir noch ein paar Probleme bekommen. So, wir müssen aber gar nicht rausfliegen. Ich habe ja gesagt, die ungeladenen Partikel, die kommen einfach ins Sonnensystem rein, die werden nicht abgelenkt und da kann man natürlich im inneren Sonnensystem diese Partikel zählen, man kann sie messen, wo sie herkommen, mit welcher Geschwindigkeit, welche Art von Partikel das sind, das machen die Stereosonden, Stereo A und Stereo B und damit kann man die Sondergebnisse von Voyager 1 und Voyager 2 kombinieren und hat damit Datenmaterial über die Bewegung des Systems und auch über die Orchid Wolke. Denn da gibt es ein paar ganz interessante Neuigkeiten, die erst vor einigen Wochen veröffentlicht worden sind. Die Ortsche Wolke ist ja nach wie vor ein Konstrukt, das keiner gesehen hat. Auch die Woltsche Sonden brauchen 300 bis 500 Jahre bis hinzukommen. Wir wissen allerdings von anderen Sternen, dass die so eine Wolke haben, durch Beobachtungen und es gibt ein paar super neue Sachen und die gehen davon aus, dass die Sonne, das war man bisher sich eigentlich schon einig, dass die Sonne nicht als Einzelstern entstanden ist. Die Sonne ist in einer Gruppe entstanden von verschiedenen Sternen, in einer Sternenhaufen, hat sich dann aber, wie es bei Sternenhaufen auch zu erwarten ist, nach 20 bis 50 Millionen Jahren langsam separiert, ist zum Einzelstern geworden. So, die Planeten waren damals schon mit entstanden im Anfangsteil des Sonnensystems, aber die waren noch nicht in der Reihenfolge und in Abstandsverhältnissen, weil diese Sache ist sehr kompliziert, die haben die Plätze teilweise getauscht, nach außen gerutscht, in die Eiszone und so weiter, das ist aber jetzt nicht das Thema von dem Vortrag heute. Was aber war, damals gab es keine Ortsche Wolke, denn die wäre durch die gravitativen Wechselwirkungen mit den anderen Sternen, die dort entstanden sind, überhaupt nicht da. Die haben sie wegerissen, die Wolke, weil die so weit weg sind, sind sie locker gebunden. Das heißt also, jetzt kommt die Nachbarsterne ins Spiel. Die haben natürlich auch eine Wirkung und wir glauben heute, dass 30% der Objekte der Ortschen Wolke nicht aus dem Sonnensystem sind. Das heißt natürlich konsequenter Weise auch, dass einige von den Kometen, die an uns vorbeifliegen, nicht aus dem Sonnensystem sind. Die fliegen zwar im Sonnensystem und sind Teil des Sonnensystems, stammen aber nicht von hier. Das heißt, wir haben auf die Art und Weise eine große Chance, da gibt es auch entsprechende Forschungsprojekte schon dazu, die große Chance, dass wir an Objekten, die im Sonnensystem sich befinden, Untersuchungen machen können über ihre Herkunft bei anderen Sternen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsmöglichkeit. Wenn man das mal zusammenbringt, Sie kennen wahrscheinlich dieses Bild, das innere Sonnensystem mit Asteroiden Jupiter, dann schrumpfen wir das Ganze zusammen, lassen den Pluto mal dabei, dann schrumpfen wir das wieder, kommen runter, der rote Kreis ist setnah und dann schrumpfen wir das wieder und der rote Kreis ist immer noch setnah, ein Kuiperbeld-Objekt und dann haben wir dieses Ganze zusammengeschrumpfte und das ist dann die Ortsche Wolke. Dann sehen Sie mal, was für gigantische Abstände das sind. Hier nochmal das Ganze logarithmisch aufgetragen. Hier sind unsere Raumsonden gerade mal so bei 100 120 astronomischen Einheiten. Da ist die Heliopause. Da kommt natürlich die riesengroße Ortsche Wolke. Die geht dann wahrscheinlich auch schon nahtlos über in die Ortsche Wolke vom System Proxima Centauri. Das heißt, wenn wir das jetzt als Grenze sehen, die Ortsche Wolke, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, die wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nicht erreichen. Also Planetensystem ist klar, Neptun, Strahlungseinfluss, das ist die Heliopause, die Grenze, aber die Gravitative, die Schwerkraft Grenze, die liegt eben in der Ortschen Wolke und das ist momentan wirklich nichts, wo wir hin können. Also wir haben da noch mal 1,5 Lichtjahre und schätzen, dass dort ungefähr eine Billion Objekte sind. Tja, das heißt natürlich, wir müssen auf die Nachbarn achten. Da habe ich mal ein kleines Bild für unseren Nachbarn. Das heißt, hier ist die Sonne, spaßige Fleuge, Astronomen haben es als lokale Flocke bezeichnet, das Beispielsweise, wenn wir jetzt momentan schön am Abendhimmel haben, der Hauptstand von Bärenhüter, Altair, Vega, Formalhaut, also die hellen Sterne logischerweise befinden sich alle in diesem Gebiet. Das ist unser Heimatgebiet und wir müssen damit rechnen, dass beispielsweise von den ganz nahen Alpha Centauri und Proxima Centauri wirklich dann Wechselwirkungen der Ortschen Wolke haben. Das heißt, es kann durchaus sein, wenn beispielsweise nahe vorbeifliegende Sterne, es gibt sowas wie Barnard-Pfeilstern, den schnellsten Stern am Himmel, können natürlich so eine Wolke durcheinander bringen. Da gibt es verschiedene Theorien noch beispielsweise, weil die Bewegung der Sonne ist keine Gratlinie, also auf einer bestimmten Bahn. Die Sonne hat eine Wellenbewegung, mit der sie sich um die Milchstraßen Zentrum bewegt. Und da gibt es eine Theorie, dass der Bereich, der Ebene der Milchstraße staubreicher ist und dass dann wir beim Durchqueren dieser Staubscheibe immer in einen Bereich kommen, wo eben die Sonne in eine gewisse Abdunklung durch den Staub der Milchstraßenscheibe gerät, ist auch eine Theorie, die versucht, die Frage der Eiszeiten zu klären. Kommen wir langsam zum Schluss. Wir nicht teleskop technisch, das wird ja gerade gebaut in Chile mit 39 m 20 Wir brauchen noch was anderes, wir brauchen auch vielleicht eine Innovation in der Raumfahrt, denn wir haben eigentlich dasselbe gemacht wie seit 1957. Denn wir haben ja noch eine Sache offen, wir wollen ja irgendwann nicht mal zum Nachbarstern reisen, wir wollen ja eventuell auch irgendwann mal irgendjemanden treffen da draußen. Die Voyager-Sonden hatten natürlich eine hochwertigere Ausrüstung dabei, das ist so eine Selbstbau Langspielplatten CD-Mischung zum Selbstbasteln das hatten die mit geschickt naja zu dem Inhalt war wie üblich das Problem naja die bösen Außerirdischen und so war sofort also wir haben 55 Sprachen 27 Musiktitel davon 5 aus Deutschland und wenn wir mal großzügig Mozart dazunehmen sind es 8 115 Bilder Geräusche Wind Gewitter ein Kuss eine schlagene Tür also alles mögliche was ein Auto ein schattendes Auto alles was eben aus dem Alltagsleben kommt halt auch noch mal die Kartierung wo wir sind oder auch mal einfaches Rechensystem oder auch sowas eine Spermie wie die Befuchtung halt funktioniert sollen die Außerirdischen auch mal was lernen oder auch interessant man hat 1975 hat man den Gehalt der Treibhausgase bestimmt das ist ganz interessant her und dann sieht man wie drastisch die Treibhausgase von damals 75 auf heute schon gestiegen sind halt also eigentlich müssen wir es updaten mal wieder kommen wir zu letzten Tafeln ich möchte mal ganz kurz zeigen was die Raumfahrt vorsieht chemische Triebwerke sind ausgereizt da ist nicht mehr drin und diese ganzen Sachen mit Voyager und New Ryzen gehen halt auch nur wegen dem swing-by-Effekt sonst wird es viel langsamer gehen also hat man sich überlegt was gäbe es denn noch für Möglichkeiten Ionentriebwerke das heißt ich ionisiere ein Gas und die entsprechende elektromagnetische Felder beschleunige ich diese Gas-Ionen raus aus dem Raumschiff und nutze da den Raum den Rückstoß so was gibt es schon es gibt verschiedene Soliten und auch Raumsonden die damit fliegen das einzige Problem ist halt das ist halt nicht allzu viel der Schub liegt bei einer Kraft die eine Postkarte auf der Hand ausübt aber sie können diese Kraft eben lange Zeit aufrechterhalten also wenn das Objekt einmal im Weltall ist dann können wir das über Monate lang hinkriegen und können auch die Austrittsgeschwindigkeit der Ionen auf 100 km pro Sekunde erhöhen also Faktor 20 gegenüber dem chemischen Ofen zweite Variante passive Antriebe Sonnensegel eine Idee von Obert und von Siakowski ich fliege da hoch mache ein Segel auf und lasse mich dann von der Sonnenstrahlung wegtreiben oder ich mache es künstlich indem ich mit Laserstrahl das Ganze anschiebe da gibt es auch schon zwei Icarus von Japanern und Nanoseel von den Amerikanern Tja und dann kommt etwas was auf den ersten Blick naja ein bisschen verrückt erscheint Kernreaktionen Kernreaktoren eigentlich nicht gebaut worden eigentlich und eigentlich gibt es etliche Sonden die da oben Kernreaktoren fliegen die die Russen hochgeschlossen haben in 60er Jahren das ist aber brandaktuell im letzten Jahr hat die NASA einen Auftrag vergeben an zwei Firmen bis zum Jahr 2025 einen Prototypen eines nuklear getriebenen Raumsonde fertig zu stellen weil eine Untersuchung der NASA im Jahre 2018 ist davon ausgegangen dass es die einzige Möglichkeit ist dass man in überschaubaren Zeiten das Sonnensystem erreicht mit neuen Antriebssystemen und das einzige was noch einigermaßen momentan realistisch erscheint ist halt nun mal der Kernantrieb und Russland hat angekündigt ein 1 Megawatt Gaskantreaktor 2030 bereitzustellen also für Marsmissionen und es gibt auch eine schöne Idee ich schmeiße immerzu hinter meinen Raumschiffen eine Atombombe und die Explosionen die schieben dann mein Raumschiff an halt also Sie sehen schon man denkt da in jede Richtung atom momentan 000 glaubt man dass wir so um 2040 nuklear Antriebe haben könnten wenn man jetzt die Frage stellt ja wie weit kommen wir damit die Die momentanen Berechnungen gehen davon aus, von 1000 Kilometer pro Sekunde Maximum. Das ist über den Faktor 100. Aber ob so 60.000 Jahre zum Proxima Centauri fliegen oder 600 Jahre, dürfte für die meisten von uns egal sein. Es ist immer noch nichts, was man zum interstellaren Flug machen kann. Da bräuchte man schon sowas. Ein Fusionsantrieb. Das heißt, ich baue einen Kernfusionsreaktor, den wir momentan ja nicht haben. Den packe ich da rein, starte das Raumschiff und sage, okay, ich sammle mit einem großen Trichter den Wasserstoff, der da ist, alles auf. Den brauche ich ja zur Kernfusion. Sie sehen schon, hat einen riesen Vorteil. Wenn ich genügend Wasserstoff draußen finde, brauche ich keinen eigenen mitzunehmen. Da können wir da noch mal mindestens einen Faktor 10 drauflegen bei der Geschwindigkeit. Und natürlich das Nonplusultra-Antimaterie. Die extremste Form der Energiefreisetzung, Materie und Antimaterie, annihilieren sie sich zu 100%. Das heißt, ich mache aus Masse 100% Energie. Das gibt es momentan höchstens im Zern, wo wir halt kleine Mengen an Antimaterie entstehen. Und dann lässt man die Antimaterie auf Materie strahlen, beziehungsweise man untersucht, ob die Antimaterie sich im Schwerkraftfeld der Erde genauso verhält wie die Materie. Das ist momentan der teuerste Stoff der Welt. Das heißt also, mit solchen Stoffen könnte man die Voyager-Sonden locker überholen. Aber wahrscheinlich wird es dann doch sowas werden. Irgendwann, na, der Warp-Antrieb, das wird wahrscheinlich das Einzige sein. Aber wenn man genau hinschaut, auch der Warp-Antrieb braucht die Antimaterie. Das ist ja der Kern des Ganzen. Das heißt also, es wird schon noch eine Zeit dauern.